Hallo liebe Kunden, liebe Freunde von KM1, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Blick durchs Schlüsselloch. Immer wieder wird man gefragt, wie denn eigentlich die Originalaufnahmen für unsere Lokomotiven erstellt werden, wie das Sound Sampling vonstatten geht, ob wir das tatsächlich selber machen, ob wir es aufnehmen. Die Antwort ist ja. Wir arbeiten da immer mit Originalaufnahmen und trotzdem gibt es hier und da Situationen, wo die Originalaufnahme vielleicht nicht zur Verfügung steht oder nicht in der Qualität zur Verfügung steht, wie wir das gerne für unsere Modelle hätten. Ein Beispiel dafür ist die Fünftonpfeife der Baureihe 10 und ich möchte sie jetzt mal so auf eine kurze Reise mitnehmen, durch meinen Arbeitsplatz, durch ein paar Vorgänge in Programmen, wie sowas vonstatten geht und welcher Aufwand dann da tatsächlich betrieben wird, um so eine Fünftonpfeife wie bei der Baureihe 10 digital zu rekonstruieren. Ausgangspunkt ist natürlich immer erst mal eine Originalaufnahme. Und ich blende jetzt mal über zu meinem Bildschirm, damit Sie das einfach mitverfolgen können. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Originalaufnahmen. Sie sehen jetzt hier eine Aufnahme von 1978. Eine historische Aufnahme. Natürlich während der Fahrt entstanden, da gibt es jetzt also keine speziellen Audiophilen, die damals schon Geräusche einzeln aufgenommen haben, aber es gibt eben diese Fahraufnahmen und diese Sounds und da wollen wir jetzt doch mal kurz reinhorchen. Ja, recht kurz und knapp und zwei ganz kurze Kurzpfiffe, aus denen kann man gar nicht so viel entnehmen. Aber man hat schon mal so einen ersten Eindruck, wie so eine Fünftonpfeife klingt und dass sie tatsächlich ganz anders klingt, als das, was wir sonst normalerweise kennen. Manche sagen immer, das klingt so amerikanisch. Das ist ein bisschen richtig, weil natürlich die Amerikaner überwiegend mehr Tonpfeifen haben. Es gibt ja auch drei- und vierton- und eben auch Fünftonpfeifen. Und bei der Baureihe 10 haben wir es tatsächlich mit einer Fünfton- oder Fünftonpfeife zu tun. Jetzt gibt es natürlich hier nochmal auch eine Alternative und zwar gibt es eine Aufnahme aus dem Jahr 2010 in Bebra. Und zwar war es so, dass da die Fünftonpfeife von der Baureihe 10, die im Privatbesitz ist oder war, auf die Baureihe 41018 montiert wurde. Auch eine Neubaukessel-Lokomotive, wir kennen sie, das war das erste Projekt, das KM1 damals realisiert hatte in Spur 1. Und die 41018 fuhr dann eine gewisse Zeit lang auch mit dieser Fünftonpfeife. Und während dieser Zeit, da gab es schon relativ viele Handys und Videokameras, gibt es natürlich auch Fahraufnahmen. Bei Fahraufnahmen muss man das bloß immer ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja den Doppler-Effekt, dass sich Schallwellen verdichten, wenn die Tonquelle auf einen zukommt und wenn sie sich verdichten, erklingen sie höher und wenn sich eine Schallquelle von uns wegbewegt mit einer gewissen Geschwindigkeit, erklingt es ein bisschen niedriger in der Tonhöhe. Also solche Dinge muss man bei so digitalen Rekonstruktionen eben auch mit beachten. Jetzt holen wir mal rein in diese Aufnahme aus dem Jahr 2010 von dieser Fünftonpfeife. Ja, ich denke, da hat man jetzt schon einen ganz anderen Eindruck bekommen. Man sieht jetzt da oder man hört, man sieht es an der Waveform in der Datei, aber man hört eben auch, wie sie eigentlich klingt, schon ein bisschen besser noch, wie bei dieser Aufnahme von 1978. Und jetzt müssen wir einsteigen und uns überlegen, wie kommen wir denn da hin? Wie können wir denn die nachbauen, ohne dass wir jetzt tatsächlich physikalisch eine nachbauen oder auf eine Lokomotive draufschrauben müssen, die gerade zufällig unter Dampf steht. Denn der Betrieb mit Pressluft, der nicht so viel feuchte Luft mit sich bringt, klingt natürlich auch bei einer Pfeife völlig anders bei einer Dampfbeife als der Betrieb mit Dampf. Jetzt können wir mal da einfach in die Analyse einsteigen. Ich nehme mir jetzt hier einen bestimmten Bereich raus von dem Teil, wo die Pfeife wirklich konstant klingt. Also das ist hier jetzt. Diesen Teil analysiere ich jetzt mit so einer, es gibt Spektralanalysen, es gibt unterschiedliche Analyse-Tools auch. Ich mache jetzt hier eine 3D-Frequenzanalyse. Bei dieser 3D-Frequenzanalyse sehen wir hier oben, habe ich schon mal als Analyseoption angegeben, von 250 Hertz bis 1000 Hertz. Warum? Weil der Kenner weiß, dass der Grundton von einer Pfeife, von einer echten Dampfpfeife bei der Lokomotive nie über 1000 Hertz ist. Und wenn wir uns hier nur einen Bereich von 750 Hertz anschauen insgesamt, dann haben wir einfach eine klarere Auflösung. Und das haben wir jetzt hier gemacht. Ich drehe uns jetzt hier mal diese Berg- und Tallandschaft ein bisschen zur Seite. Und wenn wir das jetzt hier sehen von der Seite, dann sehen wir auch, dass es hier unterschiedliche Peaks gibt und Höhen. Wir haben also hier unten in etwa bei 440 Hertz einen relativ deutlichen Anstieg. Dann geht es aber hier weiter rauf, da und da. Und hier ist nochmal ein relativ hoher und da ein bisschen weiter unten auch. Bei dieser Frequenzanalyse, die man übrigens ja auch immer wieder wiederholen kann, man kann es auch mal aus einem anderen Bereich machen, sieht man mal auch, es ist ganz interessant, wie letzten Endes so ein Pfiff sich auch während er klingt verändert. Jetzt schaut das Bild schon wieder ein bisschen anders aus. Es gibt also Schwebungen bei solchen Pfeifen, wo man dann auch feststellt, Mensch, die klingt eben nicht immer gleich. Das ist auch ein Problem dann hinterher, wenn man Loops erzeugen will. Weil je nachdem, in welcher Phase der Schwebung dieser Klang gerade ist, kann man einen Loop nicht einfach wieder von vorne anfangen. Aber auch da sehen wir jetzt hier eigentlich fünf relativ starke und klare Peaks, nämlich wieder hier so weit den 440 Hertz, das ist so ein Stammfrequenz ein bisschen weiter drunten, ist ein bisschen leiser und hier ein bisschen oben auch wieder und hier im Diskant eben auch nochmal. Also diese fünf Bereiche, eins, zwei, drei, vier, fünf, die interessieren uns. Das sind die Grundtöne dieser Fünfton-Pfeife. Wie kommen wir jetzt letzten Endes auf die Zielgerade? Naja, wir haben, wie ich eingangs schon gesagt habe, ja Originalaufnahmen. Und es gibt natürlich auch Originalaufnahmen bei uns von Länderbahnpfeifen, von Einheitspfeifen und auch von den Neubaupfeifen der DB. Und eine dieser Neubaupfeifen der DB können wir natürlich jetzt als Blueprint, sozusagen als Basis für dieses Sampling verwenden. Wenn wir uns jetzt mal eine dieser Basisaufnahmen anschauen von einer DB Neubaupfeife, dann sehen wir jetzt hier eine ganze komplette Sequenz. Wir sehen das also hier oben, dass unterschiedliche Pfeife und Pfeifen drauf sind. Wir können die dann hier unten im Bearbeitungsfenster auch uns mal anhorchen. So, als Kurzpfiff. So, und wenn wir uns das jetzt mal hier ein bisschen vergrößern in dem Bereich, dann können wir jetzt hier auch mal reingehen und auch das mal analysieren in seiner Tonhöhe. Und zwar gehen wir da auf eine globale Analyse und lassen hier wirklich mal die durchschnittliche Tonhöhe analysieren. Und da sehen wir jetzt, die liegt bei etwa 440 Hertz. Das ist also eine durchschnittliche Tonhöhe, die also berechnet wird mit Zwischenwerten von dem Audio-Material, was tatsächlich hier zur Verfügung steht. Und da sehen wir dann tatsächlich auch, das passt eigentlich ganz gut zu einer dieser Frequenzen, die wir gelernt haben und analysiert haben bei dieser 3D-Frequenz-Analyse von dieser Aufnahme 2010 im Bebra. Ich mache das hier einfach nochmal, dass wir es nochmal sehen können. Und dann sehen wir jetzt hier einfach in etwa bei 440 Hertz haben wir einen ganz deutlichen Peak. Das hilft uns jetzt schon mal weiter. Wir können jetzt also hier bei dieser kompletten Pfeifensequenz, die wir aufgenommen haben von einer DB-Neubaupfeife, jetzt auf diese 440 Hertz tatsächlich zurückgreifen. Es gibt es eine Möglichkeit, das Audio-Material dementsprechend zu verändern. Wir können also hier den ganzen Bereich markieren und können jetzt bei der Audio-Bearbeitung eine Tonhöhenkorrektur vornehmen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier gehen und sagen, ich gehe mal 2 Halbtöne und 17 Cent runter, ich kann die Cent auch auf 0 setzen. Die Cent sind deswegen interessant, es ist dann nicht rein diatonisch, sondern man kann es sozusagen gegeneinander nochmal leicht verstimmen. Nicht immer ist es ja so, dass eine Frequenz von einer Pfeife und auch von einer Mehrtonpfeife also ganz exakt und hundertprozentig wie bei einer Orgel gestimmt ist. Da kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Da gibt es immer auch so eine gewisse leichte Unreinheit, die es aber eben auch natürlich macht. Und das könnte man jetzt hier bei der Tonhöhenkorrektur auch noch in Sens machen. Wenn ich jetzt mal sage, ich will die ganze Sequenz hier um 2 Halbtöne tiefer berechnen lassen, dann führt mein Programm das dementsprechend aus. Und wenn wir es uns jetzt anhören, diesen Pfiff, klingt er tatsächlich auch tiefer. Ich mache es nochmal rückgängig, damit wir es hören, wie das Ausgangsmaterial war. Und wieder nach der Bearbeitung. Also deutlich tiefer. Und das ist jetzt sozusagen einer der nächsten Schritte. Basierend auf der Frequenzanalyse, auf der Spektralanalyse, die wir machen, von den Originalaufnahmen, wo sicherlich auch ein bisschen Erfahrung mit dazu gehört. Was beachtet man eben beim Doppler-Effekt zum Beispiel, bei Mikrofonen, die vielleicht ein bisschen ans Limit gekommen sind, die Aufnahmen, die leicht übersteuert sind. Da gehört natürlich ein gewisser Erfahrungswert auch noch mit dazu. Aber diese Frequenzen, die wir dann feststellen können und eben in der Frequenzanalyse auch feststellen, wo tatsächlich die ganzen Maximas sind von diesen Frequenzen, die können wir jetzt so über diese Methode ganz einfach nachstellen. Und das haben wir natürlich mal gemacht. Gehen wir mal wieder zurück auf den Originalzustand und haben herausgefunden, dass insgesamt fünf Grundfrequenzen vorherrschen. Das sind einmal 392 Hertz, dann 440 Hertz, die Basissequenz, von der wir ja auch ausgegangen sind, dann 523 Hertz, 622 Hertz und 783 Hertz. Das sind jetzt die fünf Grundtöne für die Fünftonpfeife, die wir uns auf Basis der 440 Hertz Originalaufnahme in Kombination mit der 3D-Frequenzanalyse tatsächlich jetzt zurecht gesampelt haben. Und jetzt geht es eigentlich ein bisschen weiter ins Eingemachte. Es kann man in verschiedenen Audioprogrammen natürlich diese Dateien und diese Wave-Daten tatsächlich verarbeiten und in einer Mehrspur-Montage auch neu mischen. Und das ist einfach jetzt der nächste Schritt. Wir machen eine Audio-Montage, wo wir genau diese Frequenzen, die wir jetzt gehört haben, hier unten 392 Hertz, 440 Hertz, 523, 659 und 783 Hertz, die haben wir uns jetzt hier übereinander gelegt. Das heißt, unten ist die tiefste Pfeife, dann ist hier unser 440 Hertz Ausgangsmaterial. Das haben wir tiefer gesampelt und die drei haben wir einfach höher gesampelt oder in der Tonhöhe verändert. Ich kann jetzt, man sieht das hier eigentlich auch schon, dass teilweise hier diese Spitzen, die angegeben werden, am Pegel, die Lautstärken ein bisschen unterschiedlich sind. Wenn man jetzt hier reingeht zum Beispiel, sieht man, dass hier dieser Pegel relativ weit gefasst ist. Hingegen da oben bei 783 Hertz ist es ein bisschen weniger laut. Das könnte man jetzt durch diese Schieberegel hier auch nochmal verändern bei der Ausgabe, indem man das lauter oder leiser macht. Das soll jetzt momentan aber gar nicht so sehr unser Thema sein, sondern ich möchte nur, dass Sie grundsätzlich verstehen, dass wir jetzt diese fünf einzelnen Pfeifen auf den fünf unterschiedlichen Tonhöhen jetzt in eine Montagedatei reinnehmen, wo wir natürlich nach Gehör, nach Hörerfahrung und nach Analyse auch nochmal die Lautstärke entsprechend anpassen können. Und wenn wir uns das jetzt einmal anhorchen, wie das jetzt klingt, sind wir schon sehr nah dran. Jetzt haben wir tatsächlich eine Fünftonpfeife gehört, die wir uns digital rekonstruiert haben. Das ist jetzt so in dieser Montagedatei natürlich noch nicht für unseren TrackSound 16 zu verwenden oder auch für einen ESO-Decoder, weil der braucht ja immer ein einzelnes Pfeil und nicht fünf Spuren. Das wäre jetzt pure Verschwendung. Wenn man jetzt sagt, man macht jetzt fünf verschiedene Pfeifen drauf und lässt die dann zeitgleich erklingen, Sound-Decoder, sondern das wird jetzt zusammengemischt wieder zu einer einzigen Wave-Datei, zu einer einzigen Audio-Datei, die dann all diese fünf Einzeldateien eben beinhaltet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Da schalten wir uns jetzt wieder um zu den Audio-Dateien. Und da haben wir jetzt hier diese Masteraufnahme von dieser Fünftonpfeife. Wir sehen jetzt hier auch wieder die komplette Sequenz, so wie wir sie tatsächlich jetzt bei der Einzelpfeife eben auch schon hatten. Nur jetzt eben insgesamt gemischt auf die Fünftonpfeife. Man sieht hier eigentlich auch schon, dass das jetzt ein bisschen anders ausschaut, wenn Sie die Hüllkurven anschauen. Man könnte da jetzt zum Beispiel auch das Spektrum von dieser Pfeife sich mal anschauen und dann bei der Fünftonpfeife auch mal das Spektrum anschauen. Da sehen Sie schon, dass da einfach ganz andere Obertonfrequenzen jetzt mit dabei sind, weil wir ja jetzt einfach mehr haben als vorher, wo es nur ein einziger Klang war. Und diese Sequenz, die wir jetzt haben, wo tatsächlich jeder Kurzpfiff oder eben auch jeder Langpfiff als Fünftonpfeife erklingt, mit dem können wir jetzt weiterarbeiten. Es soll jetzt nicht Ziel sein von diesem Blick durch Schlüssel, doch da müssen wir es auch noch zeigen, wie wir die sogenannten Inits und Exits und die Loops erstellen. Sie müssen sich vorstellen, auch bei unserem TrackSound 16 ist es so, dass Sie für jedes Geräusch eine Anfangs-, eine Startdatei haben, wo das Einschwingen von der Pfeife zu hören ist und natürlich auch ein Exit, also ein Endstück von dieser Datei, wo das Ausklingen von dieser Pfeife dann hörbar ist. Aber dazwischen wissen Sie, solange Sie Ihre Funktionstaste anlassen, bei uns meistens F2, erklingt dann auch die Pfeife. Das heißt, Sie brauchen da einen Loop, einen Teil, einen Ausschnitt von dieser Aufnahme, der immer wieder vom Ende zum Anfang springt und deswegen heißt es Loop, der sich immer wiederholt und zwar so, dass man möglichst keine Knacksen hört und eben auch keine Schwebung. Das, was wir vorher auch gehört haben und gesehen haben bei der Analyse. Je nachdem, wie die Aufnahme gerade klingt und je länger so ein Pfeife auch klingt, umso mehr treten eben auch Schwebungen und leichte Frequenzänderungen auf. Das muss man dann tatsächlich bei diesen Loops auch rausbringen und die möglichst glatt und sauber an Nulldurchgängen ausrichten, damit das nicht knackst und damit das vernünftig klingt. Wir können beim Track Sound 16 übrigens zwei verschiedene Inits, zwei verschiedene Exits und insgesamt drei verschiedene Loops hinterlegen, damit der Pfiff nicht jedes Mal genau gleich klingt, sondern einfach noch natürlicher klingt. Das Ganze passiert eben im 16-Bit-Format. Wir sehen Sie unten auch, Mono 16-Bit. Das ist unsere Audio-Eigenschaft, die wir hier haben. Ich hole mir das Fenster gerade mal rein. So wird es tatsächlich jetzt dann auch auf den Sound dann aufgespielt und wenn ich das nicht geloopt haben will, sondern zum Beispiel wie so ein Kurzpfiff hier einfach nur ein bestimmter Teil auf den Decoder aufspielen, dann kann ich mir das hier gerade markieren und diesen Ausschnitt von dieser Wave-Datei dann in eine eigene Datei wieder abspeichern, die entsprechend benannt ist und kann es dann bei uns auf dem Track Sound abspielen. Ich hoffe, Sie hatten Interesse und ein bisschen Spaß bei diesem kleinen Blick durchs Schlüsselloch bezüglich Sound Sampling und eben auch der digitalen Rekonstruktion von unserer Fünftonpfeife bei unserer Baureihe 10. In Spur 1 ist sie ja schon gebaut, in Spur 0 kommt sie. Also auch da dürfen Sie sich darauf freuen und Sie wissen jetzt, wie sowas entstanden ist und was wir jetzt hier gesehen haben in einigen Augenblicken, dauert im echten Leben vielleicht so sechs bis acht Stunden durchaus. Also das ist nichts, was man mal schnell nebenzu macht, da muss man schon dranbleiben und da kommt man sicherlich auch beim Musikstudium ein bisschen zugute, dass man ein bisschen analytisch hören kann und zu dem, was man auch durch die Analyse-Tools sieht auf dem Bildschirm, durch individuelle Erfahrung da auch noch was vernünftig interpretiert. So, jetzt wünsche ich Ihnen weiter viel Spaß mit unseren Sounds und auch mit unseren Modellen natürlich und auch mit dem vielleicht nächsten Beitrag, der jetzt kommt. Danke für Ihr Interesse und tschüss.